Ich dachte, er macht jetzt so Super-Human-Jump da hoch. Wird witzig geworden. Och ja, ein schönes Spielzeug, was sie da haben. Das war ein hübsches Gebüsch. Okay. Weißt du, da will man sie nur mal mit neuem Wissen vertraut machen. Und schon sowas. Jesus. Ist nicht ein bisschen... That's what you get. Voll in die Nase. Das reinigt die Nebenhöhlen. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Deine Nüsse sind sehr, sehr gefährdet. Oh, oh. Haben wir jetzt einen Nutshot? Sacktreffer! Ja! Oh! Undtreffer! Yes! Yes! Warum man auch immer sowas hier platziert. Ich mein, ist nicht unbedingt die schlauste Idee. What the fuck? My God. Ich war da genau ne... Ich lebe noch. Irgendwie lebe ich noch. What the fuck? Ich hab gedacht, die Granate braucht ein kleines bisschen, bis sie explodiert. Und nicht, dass sie dagegen klonkt und dann schon so... Boom! Das wird jetzt ein Feuerwerk-Kenners! Ich kann nicht glauben, dass das funktioniert hat. Was ist Brot? Ist nicht vegan. Vegan. Please don't ban me. Oh Mann, das ist aber nicht vegan. Das ist ja auch nicht. Oh nein! Was war das denn? Und auch zu ihnen, mein Herr. Auch mit ihnen möchte ich sprechen. Im Namen ihres Ohrs. Der Tatsache, dass sie jetzt nicht mehr leben. Und auch sie, mein Herr. Auch sie möchte ich darauf ansprechen. Dass ihr Leben bald mit diesem dämlichen Safarihut, den sie auch mal ein Ende finden wird. Meine Güte, siehst du scheiße aus. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Die beiden sind passiv. Die reden gerade darüber, wer wen betrügt. Aber er hier... Der Typ ist am Limit. Wachsam. Ich kann das. Ich werde nicht sterben. Spoiler, wirst du doch. Und er... Er denkt sich, geil. Ich hab einen guten Tag heute. Nicht. Ist auf einer Skala von 1 bis 10. Meint ihr, das funktioniert? Meint ihr, das funktioniert? Ach soo. Ach, guck mal einer. Bisschen Overkill, aber... Ah, super. Das heißt, ich komm jetzt hier hoch und krieg direkt auf... Das ist interessant. Okay. Ich hab jetzt nicht tatsächlich was getroffen. Ich dachte, ich sollte noch mehr. What? Doch, gut. Habt ihr jetzt nur davon. Dann bringe ich euch halt jetzt alle um. Das habt ihr euch jetzt nur mal so... Ne? Das habt ihr euch ja gewünscht. Jetzt sterbt ihr alle. Ihr hattet einen Todeswunsch. Der wird euch jetzt erfüllt. Nu ist gut. Ich wollte euch ja am Leben lassen. Ich wollte eigentlich nur meine... Meine Sekundäroptionen durchnehmen. Aber ne. Wenn ihr halt alle sterben wollt, gut. Dann sterbt ihr halt alle. Hab ich die gewarnt, Leute? Hab ich sie... Ich hab sie gewarnt. Richtig? Richtig. Ach du Scheiße. Sieht das... Uhhh. Ure Zelle ist... Uhhh. Was? Ich soll suchen? Ihr könnt hier überall sein. Niemand... Ja. Pussy. Ja, weißt du? Manchmal... Könnt ihr nicht mal eine Tasse Tee finden? Aber das habt ihr gerade gesehen. You know what? No more Mr. Nice Guy. Ach, schau mal einer. Guck. Das war ja einfacher als gedacht. Ich will sie herausholen. Es gibt einen Offizier unter Wahlensleuten. Er hat den Schlüssel. Ich bin gleich zurück. Ich bin gleich zurück, ja. Super, jetzt darf ich also den Schlüssel besorgen. Gut, die haben hier aber eine Menge davon. Wisst ihr... Meine Mutter hat immer gesagt, wenn du kannst Schrecken verbreiten, verbreite Schrecken. Und ich plane genau das zu tun. Also werde ich Schrecken verbreiten. Wir jetzt werden haben Spaß. Wir nun haben werden Spaß. Wäre egal, was andere Leute sagen. Ist gut für mich, ist weniger gut für die. Du musst wissen, manchmal du musst haben Spaß. Wenn du haben musst Spaß, dann andere haben müssen leiden. Alter türkisches Sprichwort sagt. Aua. Oh ja. Kannst du auch so nicht sagen. Sehen. Ah, there we go. Ich werde das Gehirn auspusten. Schabrutsch. Gut beworfen mit Müsli-Riegel. Außer der da. Denn ich habe gegessen seine Müsli-Riegel. Siehst du, Knochen kaputt. So, nun haben wir den Spaß. Außer er. Er hat das letzte Mal Spaß gehabt. Wow. Ich habe echt eine Menge Chaos gesteckt. Ich kann nicht glauben, dass das wirklich funktioniert hat. Der Weg ist frei. Ich weiß ja nicht, wie frei der Weg sein muss. Aber der Weg ist frei. Du kannst gehen. Ich kümmere dich nicht um mich. Beziehungsweise kümmere dich nicht um ihn. Du hast ein größeres Problem. Ein größeres Kaliberproblem, um genau zu sein. Bulli ist unterwegs. Die machen immer schöne Posen dabei. Das ist immer das Interessanteste. Oh, warte. Oh, warte. Ich kümmere mich drum, Kumpel. Oh. Eilpost. Killcams sind so niedlich, nicht wahr? Ebenso lange, wenn wir nicht über Politik reden, haben wir hier keine Probleme. Da muss auch keiner sterben. Der Schuss, ne? Der hat gesessen. So, wenn Matze das sehen könnte. Der denkt sich auch nur dann, boah, das ist keine Vendetta-Sniper. Hat keine Reichweite von über 90 Metern. Ich darf in der Zeit echt gar nichts machen. Snore. Moment, Harry. Und ich soll hier rumhocken? Ja, hock ein bisschen. Okay, komm. Ich hock dann hier also. Du bist ein Schwachkopf. Oh mein Gott. Wirklich. Nerv. Ach er. Captain Mustache. Hallo. Du existierst hinter einer Mauer. Du kannst mich nicht sehen. Da, du existierst gar nicht. Wieso wird mir denn angezeigt, dass er hinter einer Mauer... Oh mein Gott. Ich hab durch sein eigenes Visier geschossen. It feels like it. Cool. Ich wollte ganz sagen, es lebt keiner mehr. Wenn sie das sagen. Keine Untertitel vor allem. Wenn sie das sagen. Wenn sie das meinen. Ja, das ist die Wahrheit. Dieser Mann da hat keinen Schwanz. Na hey, schoche Leute. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch bitte ein Like oder ein Kommentar. Je nachdem, was euch lieber ist. Würde mir sehr helfen. Und wie gesagt, alle wichtigen Infos, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, zu diesem Kanal, findet ihr unten in der Beschreibung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. See you, Leute. Bye. Bye. Bye.